Oh, Alter, ich dachte, das bist du. Ein Feind, oder was? Ja. Nice. Feindchen. Aber die Captains können überall auftauchen. Das hat jetzt nichts mit der Quest unbedingt zu tun. Sind das Inseln? Fragezeichen. Der Höhlen-Skarabeus versteckt sich in der Nähe der Tränen der Insel. Ich glaube, das ist die andere Insel, weil die größer ist. Da kenne ich nur ein Zeichen und das ist auf dieser großen Insel. Macht sich besser auch an der Insel aus. Wenn du dann direkt slidest. Oh, der Jesus-Move. Ja, mach mal jetzt. Ich hoffe, wir feiern voll drauf. Ja. Jawoll! So muss das. Du bist der Ankermeister, hat es wieder gerissen. Gut, so stehen wir aber gut. Alter, besser kannst du nicht fangen. Alter. Immer rin in die Olga. So, dann wollen wir mal, ne? Seid ihr schon drin? Oh, fuck. Ihr seid schon drin, na toll. Hier ist wieder so eine Meerjungfrauen-Statue. Oh ja, die hat mich grad gefickt. Der rote diesmal, ne? Der hat man ja gar nicht. Kevin hat Angst. Kevin hat Angst. Er ist ein Einsatz seines Lebens. Er hat mich einfach zurückgelassen, alter. Willkommen zum Club. Kann jetzt lang dauern, die Grünen hat das schon ewig gedauert. Haben wir's auch gleich. Aber ich bin gleich tot. Kann mir mal jemand mit den Skeletten hier helfen? Darfst du das schon? Bist du? Da rennt noch einer weg. Was ist das? Ne Flaschen. Die Flaschen frisst wieder heimlich in der Ecke. Hey, das ist ne Aschekarte, die ihr habt. Echt? Toll. Jetzt gleich, komm schon. Geh doch kaputt. Da hinten steht einer aber ein. Ja, das ist immer noch der Typ. Wir waren ja schon mal hier gewesen. Und hier ist ne Kiste. Eine Hühnerstallkiste. Boah, die stehen einfach mal. Ja, hier ist ein Skarabeus-Symbol. Komm zu mir. Ja, wir wollen die Dingschen auch. Ja, hier sind wir richtig. Ich hab den Eintang gefunden. Ja, wartet kurz. Wir machen die Stator halt noch kaputt. Dann machen wir noch ein Bier auf. Alter, endlich. Wer ne Kohle bringt. Der Grüne war ja schon 3000. Das ist ja hier bestimmt 4000, 5000 wert. Habt ihr nen Schlüssel? Brauchen wir nicht. Achso, doch. Neul. Ich hab den Schlüssel mit Black. Wo ist denn der? Der müsste oben in der Kiste sein. Der muss hier rein, wo ich stehe. Wo ist die Kiste? Unten. Wo alle sind. Ah ja. Skarabeus-Dinge ins Hubs. Ah, da unten seid ihr. Oh Gott, dann geht's jetzt wieder los. Ja. Nix. Oh du Sack, du. Kleiner Mieser. Weil ich glaube, der rote Stein hat einen geheilt. Ich wurde gehealt, als ich den in der Hand hatte. Nice. Muss er rein? Ja. Hier. Oh mein Gott, es geht auf. Komm rein, Chris. Alter, das ist ja Indiana Jones. Schon wieder. Oha, hier brauchen wir wieder was. Halt deine Laterne hoch. Ja, lass anzünden. Oh, jetzt kommt gleich der rollende Stein. Oh, halt. Das ist wieder ein Rätsel. Genau. Wir kommen auch nicht mehr raus. Alter, die Karte will ich doch noch machen. Warte, jetzt kommt's doch. Gibt's hier Hinweise? Ja, gibt es. Guck auf deine Karte. Welche Karte? Äh, nicht die Karte, sondern, äh, das Buch. Ah, okay, äh. Eigentlich dreimal diese komische... ...drei Leute, die tanzen. Weil nach unten an der Seite. Warte. Ah ja, das... ...jetzt theoretisch die... ...wärtern. Müssten hier hin, oder? Wieso glaubt ihr, dass die... Schau mal. Ja. Oder vielleicht noch nicht? Zweimal Schwerte? Dann... Ich würde eher sagen, hier hinten noch die tanzenden Leute. Ah, wer hat doch sich hier geendet? Oh, fuck, das Wasser schreit. Wir sollten uns beilen. Oh, das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Wie das Wasser steigt. War rot. Er hat rot geleuchtet gerade. Ja, das Zweite dann. Jetzt die Lampen. Jünger, warum steigt das Wasser? Weil wir falsch gedrückt haben. Sag mir, nicht drücken soll. Oh. Oh. Ich hab keinen Plan, wie ihr auf die Lösung kommt. Ich weiß es nicht. Mein Geist im Buch. Ja, ich sehe das im Buch, aber was ist da? Das ist die erste Symbolik. Und dann noch die zweite. Oh, die Schalen sind aus. Drück! Ich hoffe, das... Und dann nochmal das dritte. Meint ihr, das muss dann hintereinander? Ach so, jetzt hab ich's kapiert. Jetzt drück! Fuck! Ist sogar in Diana Jones Musik. Aber ist es... Okay. Rein da. Ja, Leute, hinter uns. Rein hat uns gerettet. Ey. Ey, hier waren wir ja. Ja, das ist der Ausgang, Leute. Wir wollen aber da ran. Wie geht's hier durch? Entzünd' nochmal die Dinger. Ah, guck mal, hier erfordert Tresor-Medaillons. Da müssen drei Stück rein. Wo? Hier. Vor dem Knopf. Ach so. Ja, wo kriegen wir die? Keine Ahnung. Gar nicht drin. Warum sitzt Kevin hier draußen? Ja, der folgt immer. Ich hab mich immer angesprochen. Ach, lol, Leute. Der nächste Hinweis ist eindeutig. Was? Guck doch mal, das ist ein Bild aufgegangen hier. Ja, jo. Nee, der hat immer das Buch über mir. Ach so, also war es doch richtig. Das ist doch hier draußen. Oh, an der Käfer. Das ist draußen und da ist irgendwie leuchtend. Vielleicht müssen wir da graben. Hier, hier ist es doch. Hier liegt es sogar. Nee. Aber hier ist es. Ja. Eine Medaillon. Feine. Oh. Was ist das für Viecher? Die haben Granaten in der Hand. Oh, doch nicht. Vielleicht ändert sich jetzt gleich das Bild. Warte, bis alle drin sind. Was ist das für ein Bild, Alter? Irgendwo an dem Wasserfall. In der Höhle. Ich hab gar kein Bild. Hier raus. Natürlich. In dem... Ich hab kein Bild. Auf dem Tisch dann, ne? Das dürfte hier nicht sein. Ja, das ist immer viel... Echtes? Ja. Wo findest du das immer alles? Einfach brütteln. Weil ich rätseln mag. Oh, es kommt ganz komische Skelette. Die sind bewuchert. Okay. Du die mal nicht immer rein. Ich würde das auch mal sehen, wie sich das ändert. Oben drauf. Ja, das ist irgendwie so ein... An dem Steinkopf oben. An dem Steinkopf oben. Ich weiß eben nicht noch, wie ich da stand. So, yo. Du sollst... Alles klar, ich springe. Hoppala. Warte bitte vor das Reinhust. Ich hab mir das Bein gebrochen. Ja. Dein Holzbein. Ernsthaft? Ich hab... Ich weiß, dass das mir auch schon passiert. Hier ist vorhin was Blödes passiert in Animal Crossing. Oh. Oha, Indiana Jones. Dann endlich auf so ne Bambusinsel. Weißt du, wo du schön Vogelspinnen farmen kannst? Sag, zwei Bambusbäume kaputt. Geht die Axt kaputt. Keiner Satz. Oh. Oha, da stand erst, das Abenteuer beginnt. Ja, wir müssen los zum Mausen posten jetzt. Ich glaube, das werden jetzt immer mehr. Ich glaube, das werden jetzt immer mehr. Dann gibt er uns ja eine Karte zum ewigen Dolm. Ja, das werden immer mehr. Wir müssen an Bord. Ich bin drauf. Na dann, Anker. Anker. Jetzt müssen wir zu irgendeinem Außen popsen. Das können wir ja unterwegs gucken, ne? Ja. Kloaked in folds of midnight waters side by side we sons and daughters we set forth for no king's orders but we'll sail together. we'llusal together we Wade we Vielen Dank.